Hallo alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 10. Wir befinden uns immer noch im Sinn, weil da drinnen, also im Inneren von Sinn und haben uns im letzten Fall ein bisschen durchgeboxt gegen einige Gegner und ich habe dann am Ende schon meinen Lundmonster ausgedrückt. Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 10. Wir befinden uns noch immer im Inneren von Sinn und suchen die... ...Neu-Jäven. Haben aber bisher noch nichts gefunden, außer ein paar Gegner, die wir gefangen haben und endgültig dann habe ich mich noch... Ich habe mich dann auch noch endgültig dazu entschieden, dass ich dann null Monster ausrüste, damit keine Monster mehr dazukommen. Ich habe die Pünken soweit verteilt, wie ich sie empfunden habe und wir werden uns jetzt einfach mal auf den Weg machen und diese Treppe nehmen. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich habe immer noch so ein dummes Gefühl, dass uns irgendwas Blödes erwarten wird. Ich hoffe aber nicht. Das sieht nicht so geil aus. Das sieht so gar nicht... ...toll aus. Ich gebe mal Kimari vor. Du bist nicht Kimari. Mal gucken, was uns jetzt so erwartet. Bye. Ich will nicht gegen Simo kämpfen. Geh weg. Geh weg. Gesterben. Ah, nee. Aber ich habe gespeichert. Ich glaube, ich habe gespeichert. Also... Ja. Ne? Wieso lebst du immer noch? Meine Befürchtungen... Befürchtungen haben sich befürwortet. Hey. Darf ich dich umbringen? Also, Tidus, dich. Ich kann nicht so gar nicht leiden. Ich kann nicht so gar nicht leiden. Ha 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 ha. Du hast nicht immer gefordert? Sin hat mich entschieden. Ich bin Teil des Sinnes. Ich bin ein mit Sinnes. Immer. Immer. Immortal. Sin hat dich einfach absorbiert. Ich werde es lernen, zu kontrollieren. Von within. Ich habe das ganze Zeit in der Welt. Seitdem du sehr grössig bist, um die Unaleska zu nehmen, die einzigartigte, zu destruieren Sin ist immer wieder weg. Jetzt kann nichts uns stoppen. Ich glaube, es ist... Tietos herzlich egal, dass du deinen Vater geschützen willst. Heißt du, dass das jetzt auch Feuerelement ist, oder was? Ich nehme an. Jetzt ist die Frage, ob das seine Schwäche ist, ob... Simo Ultimo. Das ist mir doch herzlich egal, was wir uns so mit ihm anstellen. So. Analysieren wir bitte mal Simo, weil ich... Ich will gar nicht wissen, wie viel HP er hat. Ich will es gar nicht wissen. Ja, guck, das geht. Angriff 20, man gibt 35. Hat er... Okay. Also wenn das auf rot ist... Okay. Tich 4 Illuminic Celestia hinter Simo verleihen ihm die Kraft. Zauber einzusetzen. Simos Aktion hängen von den Illumi Celestia ab. Physische Angriffe, Scheiben drehen sich nach links. Magische Angriffe, Scheiben drehen sich nach rechts. Die Scheiben haben sich grad nicht gedreht, aber okay. So wäre Simo gegen. Die Scheiben haben sich grad nicht gedreht, aber okay. Okay. Ja, das geht. Okay, das geht. Wieso bist du jetzt zweimal dran oder hast du Harles Magier eingesetzt? Ja, das geht. Okay, das geht. Wieso bist du jetzt zweimal dran oder hast du Harles Magier eingesetzt? Das geht. Das ist einer Kimari, in der Böse. Diese Kimariu. Ah. Das ist ein guter Kimari. Wie ist das? Was aber weiß nicht, was ich das damit? Das ist der Kimariu. Sie will ein wenig. Wie ist das? Ich weiß nicht. Was bin ich eigentlich. Das ist einer Kimariu. Kimahri. Au, nyang, nyang, au. Wenn du jetzt mir nochmal auf Kimahri gehst, habe ich ein Problem. Kimahri? Danke. Gut, das war's nochmal von Kimahri. Geh du doch mal vor dem Clown. Ich denke, ja. Mach du doch mal eine schöne Suppression. Ich hoffe, ich kriege diesmal hin, weil ich manchmal echt blöd bin, was das mit den Koordinationen angeht. So, den, 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 so. 10.000, perfekt. Und bitte heil dich mal selbst. Dann möchte ich Lulu reinholen. Du nehmt dich zweimal. Boah, war es jetzt über Eiska oder? Warte. Das ist Eis, ne? Gut. Dann mache ich, wenn du viermal angreifen darfst, darf ich zweimal angreifen. Jetzt drehen sie sich. Huch. Was macht noch mal Anti-Z? Das habe ich, glaube ich, auch. Ich glaube, sie muss ein bisschen blöd im Kopf haben, aber sonst... Hatten wir alle... Fucker hatten wir noch nicht. Dann habe ich einen Geistbrecher gegeben. Kann ich mich gar nicht erinnern. Du, 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 du. Huch. Du, 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 du. Magst du? Danke. Ähm, dieses... Magst du mal kurz was tagen? Aha. Huch. 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 Jetzt dreht sich's wieder. Jetzt ist ja auch gleich, jetzt mal Wasser, warte mal kaprizt nicht, ne? Jetzt magst du pliz nicht. Huch. Warte, im Moment hatte ich alle drinnen. Ich hatte mal drin, ich hatte Waka, ich hatte Lolo drin und... Magst du vorher noch eventuell Clown-G? Müllstein. Gut, da habe ich nichts mehr. Dann lasse ich das alles auch die liebe Juna beenden. Weil schließlich... War das ja mal ihr Mann. Jetzt habe ich dir gegeben, Simo. Mhm. 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 Mhm, 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 mhm. Okay, da kamen wir's eigentlich gerne. Ich hätte mir das jetzt mit Ultima ein bisschen schlimmer vorgestellt als diese Attacke eingesetzt. Das hat... Ich wusste gar nicht, was diesen Angriff auch gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und können wir ihn letztendlich besie... besiegen. Beseelen. Beseelen. Keine Ahnung. Schnell, Juna... Aber auch nachdem ich weg bin, Spira's Sorrow wird. Zinn wird gerade hinter dir sein. Okay, dann war Simo für uns eigentlich auch nicht wirklich ein großes Problem. So. Wieso Level 3? Ich will Level 4 haben! Level 4, Level 3 habe ich mittlerweile auch schon so viele wie Level 1 und Level 2. Ich will Level 4 und warum beschwere ich mich darüber? Z-Angriff. Mhm. Ich schmeiß die Celestia Waffe weg. Ne, welches schmeiß ich weg? Das habe ich dann doppelt. Komm, schmeiß den Bauch auf, Schwerdruck. Danke. Und Select is BN. Gut, jetzt sind wir hier und jetzt habe ich hier Doppelfeile. Gut. Dann bewegen wir uns gleich auch. Uh. Dann sind wir kurz vorm Endbross. Nehme ich mal an. Weil jetzt haben wir... Genau. Den einen auch vernichtet. Ach, wie heißen wir jetzt nochmal? Simo endgültig vernichtet. Denn wir haben ihn auch... Wie heißt denn das jetzt überhaupt? Ich habe das wieder... Ich habe viel zu viel dieses Yu-Kai-Watch gespielt. Und da heißt es den Seelen. Ich weiß jetzt nicht, wie das da heißt. Ich habe es vergessen. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin keine Ahnung. Weiß nicht... Frag mich nicht, was ich mit Lulu vorhabe. Ich weiß es selber nicht. Wird eigentlich mit dir irgendwie auf der eine Seite gehen. Habe ich hier vorher noch irgendein Speicherpunkt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde jetzt mal kurz hier alle heilen. Wir haben eh so viel mit Himal. So, Kimari darfst du... Dich darfst du auch und darfst du mal entringen. So. So. Perfekt. Und dann werde ich Waka auch gleich wieder Käfig geben. Und dir werde ich weiter in die Wache... ...Domteur geben. Und dann gucken wir uns hier mal weiter um. So. Sieht ziemlich wunderschön aus hier. Noch 10 Monster, die hier Frieden suchen. Muss ich jetzt ein Monster besiegen oder wie? oder wie darf ich das jetzt verstehen gehst du mal bitte von dem raum mann halle ich weiß nicht ich glaube die mögen kein folger die nur gleich viel mp hat wie marie und konntest nicht klar und ich hole ich einfach nur an dass du dich verteidigt und ich wacke rein damit du den pfugel mal wieder schießt macht folge auf ihn bitte macht nicht auf die falschen nun geht es rein die es macht ein häuschen gut riko hatte drin juna hatte ich drin kimari hat sich zu finden obwohl ich nur noch ein damit nicht ahnen kann schon auch ich glaube er wird die reichen reicht völlig wir sind schon ein bisschen opi aber nur ein bisschen kann ich jetzt das was ich wollte machen und zwar nur noch sieben okay wir müssen hier gegen monster kämpfen ich verstehe damit wir in diese räume reinkommen dann machen wir das auch die sind ja noch ziemlich einfach ich werde das hier sowieso ein bisschen beschleunigen jetzt macht die polne ja das finde ich nur noch schön dass du das machst weil er mir den mal ab ich habe ich dachte ich habe alles mal gesehen dann gehst du mal bitte vor den kreis machst du sicher freuen wieder naja das freut mich wieder das freut mich ich liebe polen zum glück bin ich nicht alle ergeschafft wir dauernd dann liegen die hat sie auch konnte auf ihrer waffe du warst schon dran dementsprechend es nicht hatte ich zu machen schon ich war es nicht du hast nie hast du doch das zauber kommt doch guck mal einer schlicht das wusste ich gar nicht dann holen wir wacke hatten wir schon hier das hatten wir noch nicht hauen hatten wir auch ich weiß doch auch und hatten wir mal der hat ja dann holen wir noch zugute jetzt die juna rein und sie macht auch mal folge auf wiedersehen einfach nur bei 10.000 schaden oder kann es sein dass die waffe mit niwana immer stärker wird so jetzt haben wir jetzt waren wir jetzt fehlen uns nur mehr vier monstern mit wem diesen raum reingehen können gegen dick mache ich eigentlich gar nicht kämpfen wir drüben von blut bist weiß nicht was denn schwächer ist ich weiß es nicht so durchschauen habe ich dir nicht auf die waffe durchschauen gegeben dann tut mir leid analyse machen wir es einfach mal so jetzt kommt er vielleicht wieder mit dem blöden todesurteil probes abt das freut mich aber also tieres verfluchen kust so braucht das kein klicks ist es richtig gesehen und dann tut das urteil kann man schön die haare schmieren das stück auswechseln kredi 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 er tut ihn ja nicht dank und dann ruhig auch einmal rein weil auch und man zu so nicht drinnen wen magst du jetzt nicht flieg ein wund schon 先生 hört er 50 wo wir mit dem land aufkommt wen magst du jetzt nicht mag dich gucken das doofe fiel ich einfach nur irgendwie wen bringst du um ja genau der am meisten schaden macht den bringst du ich kann ich kann ich zeige den zaubertrick warte du bringst meine leute um ich belebe sie wieder bin jetzt das nicht cool wählen jetzt kriegt das stift mit hieders ich habe es nicht aufgepasst wem bringst du mir jetzt dumm bist doch bescheuert nur gut wie wärs wenn ich erst mal nicht schwarz magie weiß magie und wir leben wieder mal den den toten tier das da so wer so gut denkt ich mach jetzt mal ein dickerchen weil das so wunderschön ist alle in ihren fangen endlich ein ja heute nur fangen geht er nicht da gibt er nicht mal viel er hat wir brauchen jetzt noch trainer ja gut ihr setzt mir lieber wenn ich ehrlich bin kannst du nicht irgendwie so heilen und so einmal da machst du mal folge da machst du mal folge bei du ballerst den bogell ab mit alle wunderschönen erfahrungen bekommen das tut ja nicht so weh dafür kriegst du eins aus warum hatten wir schon dann kommt nur macht es gleich ja was 999 das bin ich schon allwischen das nein ich glaube nur juna hat die möglichkeit dass sie mir schaden macht nicht so aber jetzt darf ich da rein was die befreit wurden lösen das siegelt jetzt was ist hier drinnen noch ein siegel wirst du mich veräppeln na gut ich bin die nicht so lustig aber okay dadurch dass wir ihr so viel so viel haben wir auch nicht aber wir sind ja schon kurz vom endposter kann man das ja ein bisschen verschwenden ein bisschen ap für den wacker noch ein bisschen ja wir gehen mit dem salam was magst du was magst du noch genutzt oh das hab ich nicht gesehen wie viel hier habe ich einen warte wäre da nicht er singen ja da wäre er singen ja ich möchte zurück ins menü gehen juna habe ich noch nicht gemacht jetzt kriegt sie mal den put dann bewegen wir uns darum teurer schaut eigentlich was hat jetzt auch und er hat immer noch nicht die dienst aber die es hat er mal 5.000 marke geknackt gut damit sagen gehen wir hier einfach mal weiter bevor wir großartig noch durch die geh gegen dich möchte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen wenn ich ganz ehrlich bin dementsprechend werde ich mich da mal kurz so ein bisschen verpieseln wir werden das hier einfach mal weiter gucken was wir hier so finden können gegen dich möchte ich nicht kämpfen du bist du hast mir schon auf der stillen ebten kumpel auf der stillen ebene ist mir schon auf die nerven lang da ist nichts hinterher schön gut ich kenne mir aber noch nicht dementsprechend werden wir dich bekämpfen weil du bist auch alleine ich glaube dann wirst du nicht so große schwierigkeiten machen wenn du alleine bist oder auch wenn ich nie widerlich aus ist die monik konnte mit fluch zwar der gift stunden bin fluch zu der füge zerschlägt beschneiden mit für mich streit der was zu verbrüchen magst du die ich habe jetzt irgendwie Angst dass die das macht sanktisch ist das wenn ich dich erzähle dass du mich verwächst ja gut wir machen da jetzt einfach mal ein abgang weil ich habe jetzt kein bock darauf mit dir zu diskutieren dass der ich werde jetzt das ausrüsten damit wir uns hier in ruhe umgucken können mal fürs erste was uns hier so erwarten das ist auch mit diesen zehn monstern ne das haben wir sogar geschafft das freut mich aber dahinter ist sicher noch so ein blödes tor ne hier ist sogar eine truhe feine elixier cool 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 schauen wir mal weiter ich nehme an dass da drüber weiter geht so oh gott oh gott es will ok wo bin ich denn denn jetzt was ist denn hier was ist denn hier keine Ahnung ist hier noch irgendwie was was ist ich war interessiert ob hier noch irgendwo was ist hm so was huch hier scheint aber was zu sein interessant interessant ein sicherheitsband ja hau mir den rächer weg blindwahl und todeswahl cool aber hier ist ja auch noch was aber hier ist ja auch noch was ah cool meister 4 oh läuft ähm ja hau mir das Blitzschwert weg das finde ich ja mal interessant 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 gut ich frage ob wir hier noch etwas haben ich glaube nämlich nicht oder er bleibt nicht an der ecke hängen Titels was ist noch ne guck mal da kann ich ja runter gehen da 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 20.000 Geln und what is das huch da da fahr fall mir da ja nicht runter mein lieber okay ich kann ja nicht runter fallen man haben hier fair und das noch was ein ab ab wers feg so mit ein ab 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 fähr ähm haben wieder runter stehen gut gut dann gehen wir mal weiter wie in diesem lustigen Raum wo alles gegen den Kopf liegt warte geht gar nicht wo ist hier so war das nicht geplant dass du mir hier durch die Gegend rutscht mir lieber ist hier was oh ist in Ruhe König die Wache Nodextal jetzt hätte ich nicht so berauschend aber vielleicht gibt mir ja ein bisschen Geld so oh nein der stand hinauf 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 gut 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 hier ist ein Speicherpunkt sieben Turm der Turten naja gut dann würde ich aber sagen dass wir hier den Part beenden und im nächsten Part werden wir mal gucken was uns dort vorne erwarten vielleicht ist das auch schon der letzte Part ich habe keine Ahnung mal gucken bis zum nächsten Mal tschau tschau hier ich habe die hier